So, herzlich willkommen zurück zu Part 6 So, wir sind hier vorne noch stehen geblieben und müssen jetzt die Aeris nach Hause bringen Und das werden wir jetzt hier mal schnell tun Okay, schnell nicht, denn es kommt dann noch ein bisschen was mehr dazu Aber dazu gleich mehr Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, den ist gerade momentan nicht zu helfen Gut, aber es kommt dann noch nicht ab. Hier bauen wir auch nix Na hier geht's noch hoch Ah genau das hier Wo ich letztens noch hoch wollte Das ist jetzt hier So In der Verborgenen Schublade Diebstahl Das gehör mal so klaut Mann sind wir böse So In anderen Schubladen müsste eigentlich nix sein Letztens war zumindest die 60 Ich denke mal das da immer Excitent wird Ja jetzt nochmal Shopping Time Hm Titan Riff Ich sitze mal einmal Wenn wir hier jetzt zweimal kaufen Können wir gleich noch mit Ausrüsten Dann So und jetzt gehen wir mal zum Haus Dann gehen wir's mir hinten Das Item one Oder die Items Das sind nämlich zwei Items Einmal links Und einmal rechts Ah Erfa und Substanz Substanz Schutz müsste das sein Genau Und da wären wir Zuhause bei Eres Das Wenn ich den Namen richtig ausfasen Wenn ich den Namen richtig ausfasen He Wenn ich den Namen richtig ausfasen Wenn ich den Namen richtig ausfasen Hm Pues Wenn ich den Namen richtig ausfasen Und da sind immer mehr so Bei mir Objektiv Du Ich Du 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020